Kapitän Schmid und die Crew, wir danken Ihnen, dass Sie heute unsere Gäste waren auf diesem Lufthansa Star Alliance Flug und verabschieden uns jetzt von Ihnen. Bitte öffnen Sie die Gepäckfächer gleich vorsichtig und achten darauf, alle persönlichen Gegenstände mit von Bord zu nehmen. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend, ein erholsames Wochenende, gegebenenfalls natürlich eine sichere Weidereise. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Welcome to Munich Airport, ladies and gentlemen. Please keep your seatbelts fastened until the seatbelt sign above your head has been switched off. Kapitän Schmid und die Crew would like to take this opportunity to thank you for traveling with Lufthansa Star Alliance today, and we say goodbye now. Please open the overhead compartments carefully and make sure to take all your personal belongings with you.